FC Bayern München – Jamal Musialas Ausfallzeit nach Verletzung gegen Galatasaray offenbar kürzer als befürchtet Die Diagnose wurde vermutlich bei Jamal Musiala gestellt, nachdem er im Champions League-Spiel des FC Bayern gegen Galatasaray Istanbul verletzt ausgewechselt wurde. Berichten zufolge erlitt der Rekordmeisterstar einen leichten Muskelfaserriss. Daher ist die Ausfallzeit für den 20-jährigen Patienten deutlich geringer als ursprünglich befürchtet. Jamal Musiala scheint eine schwerere Verletzung vermieden zu haben. Bild berichtet, dass sich der 20-jährige Mittelfeldspieler beim Champions League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul lediglich einen leichten Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen habe. In dem Papier heißt es, dass die Ärzte des deutschen Rekordmeisters mit einer Ausfallzeit von zwei bis drei Wochen gerechnet hätten. Musiala wird das kommende Bundesligaspiel gegen den 1.FC Heidenheim, 15.30 Uhr im Leifticker, verpassen, und auch Bundestrainer Julian Nagelsmann wird in der nächsten Länderspielpause fehlen. Da die Bayern aber mit der Möglichkeit eines Aufeinandertreffens rechnen müssen, im November wieder 1.FC Köln. Nummer 24 bleibt stehen. Auswechslung vor der Pause Nach einer kurzen Behandlungspause bekam Musiala Probleme mit der linken Oberschenkelmuskulatur und wurde auf ärztlichen Rat hin in der 40. Minute ausgewechselt. Für ihn kam Routinier Thomas Müller ins Spiel. Musiala musste Ende August wegen einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel rund 14 Tage pausieren. Im März verpasste er aufgrund einer Verletzung im selben Bereich zwei Länderspiele.